Heute vergleiche ich das Realme 7 mit dem Realme 8. Wenn ihr zwischen den beiden Geräten schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Produkte unten verlinkt. Design Im Bereich Design gewinnt das Realme 8 eindeutig mit 63 zu 35 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Spritzwasserfestigkeit, 19,5 Gramm leichter, 1,4 mm dünner, 1,5 mm schmaler, 1,7 mm kürzer und 17,5 % geringeres Volumen. Bildschirm In der Kategorie Bildschirm ist das Realme 8 mit 60 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 1,5 % höhere Pixeldichte, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm, 520 nits heller und Bildschirm ist immer an. Das Realme 7 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 1,6 % größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung In der Kategorie Leistung gewinnt das Realme 7 haarscharf mit 88 zu 87 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Eigenschaften. Kameras Beim Punkt Kameras ist das Realme 8 mit 63 zu 53 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, unterstützt Serienbilder, es hat einen manuellen Fokus und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das Realme 7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Hat einen CMOS-Sensor, eine Blitz-LED-Mär, 16 % größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio Beim Punkt Audio ist das Realme 8 mit 62 zu 56 Punkten deutlich vorne. Es kann hierdurch folgenden Vorteil überzeugen. Ein Mikrofon mehr. Akku Beim Punkt Akku ist das Realme 7 mit 65 zu 61 Punkten knapp vorne. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Eigenschaften In der Kategorie Eigenschaften ist das Realme 8 mit 82 zu 76 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt Galileo. Ergebnis Mit 67 Punkten liegt das Realme 8 in der Gesamtwertung eindeutig vor dem Realme 7 mit 57 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like, wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.